Ich wollte herausfinden, warum sich meine Schwester das Leben genommen hat. Oh, ich denke, Mom, wäre in deine Bilder wirklich gefallen. Jetzt, gib ihn her! Hey, du zeigst dir das! Sie haben sie dazu gezwungen. Verzeih mir. Vika, sieh mal, was ich gefunden habe. Es gibt da dieses Spiel, das einem alles nimmt, was man lieb hat. Wer ist das? Ich werde selber nach ihr suchen. Ah, der tötet alle, die sich nicht für einen Selbstmord entscheiden können. Dana, hier stimmt was nicht. Erzähle niemandem von dem Spiel. Dana? Erzähle niemandem von dem Spiel. Hast du Julia umgebracht? Jetzt verpiss dich von dort! Du hast auch mich fast umgebracht! Erzähle niemandem von dem Spiel. Play on pictures.